In diesem Video geht es um die besten Rollatoren. Der Qualitätssieger in unserem Rollator-Test geht an das Fripec R1011. Faltbarer Leichtgewicht-Rollator aus Aluminium mit Ankipphilfe und kompletter Ausstattung für sicheres und komfortables Laufen. Seit Erfindung des Rollators in den späten 1970 Jahren hat sich in den Bereichen Sicherheit, Bedienungskomfort und Ausstattung viel getan. Ein guter Rollator muss heute viel leisten. Diese Anforderungen finden sich in den Merkmalen des Fripec Rollators wieder. Grundlage ist eine stabile, leichte Konstruktion des Rollators aus Alu. Die pannenfreie PVC-Bereifung der Räder sorgt für ein sicheres Lenk- und Fahrgefühl. Hindernisse am Boden lassen sich durch die bodennah montierten Ankipphilfen am Rahmen leicht überwinden. Die leichtgängigen Bremsgriffe mit Feststellfunktion lassen sich einfach und sicher bedienen. Die Feststellbremse einfach durch Herunterdrücken des Griffs betätigen und zum Lösen hochziehen. Die Bremszüge sind zudem unsichtbar im Rahmen verlegt. Ein Verheddern in oder Hängenbleiben an den Bremskabeln ist ausgeschossen. Die Griffhöhe des Rollators ist zwischen 79 und 92 cm sechsfach verstellbar, so dass die Gesamthöhe perfekt an den Nutzer bzw. die Nutzerin angepasst werden kann. Die maximale Belastbarkeit beträgt 136 kg. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Helavor Rollator. Die Gehhilfe kommt wie auf dem Bild zu erkennen kompakt zusammengeklappt. Lösen Sie die Schrauben an den kurzen Radachsen, klappen Sie die Räder um 180 Grad auf die andere Seite. Verschrauben Sie die Achse in der neuen Position, ziehen Sie an der Rollator Innenseite den Bügel vom Bolzen und entfernen Sie diesen. Klappen Sie die Achse um 180 Grad in die Endposition und setzen den Bolzen ein. Stellen Sie den Helavor Rollator auf und drücken Sie auf den eingezeichneten Stellen den Rahmen in die Endposition bis dieser hörbar einrastet. Der Rollator lässt sich so blitzschnell platzsparend verstauen. Mit der integrierten Handbremse müssen Sie sich keine Sorgen um einen sicheren Stand machen, ob im Sitzen oder Stehen. Über das Pedal an beiden Heckrädern können Sie mit sehr wenig Kraftaufwand den Rollator vorne anheben und beispielsweise auf den Bürgersteig befördern. Durch den Reißverschluss an der Einkaufstasche wird diese zu einer Transporttasche erweitert. So haben Sie Tasche und Rollator bei Bedarf immer dabei. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Rollator-Test ist der Arebos Rollator. Der Arebos Leichtgewichtsrollator bietet Ihnen gleich mehrere Vorzüge. Dank der integrierten Sitzfläche ist stets ein Sitzplatz garantiert und es können unterwegs spontan Pausen eingelegt werden. Die Rückenlehne ermöglicht ein entspanntes Sitzen und entlastet somit den kompletten Bewegungsapparat. Aufgrund der sechsfachen Höhenverstellung lässt sich der Rollator individuell an jede Personengröße anpassen. Die Griffe sind ergonomisch geformt und schonen somit Handflächen und Handgelenke. Die Reflektoren an den Vorderrädern sorgen für eine optimale Sichtbarkeit. Soll der Rollator beispielsweise im Auto verstaut werden, dann lässt sich dieser innerhalb weniger Sekunden Platz sparend zusammenfalten und problemlos transportieren. Die praktische Einkaufstasche des Rollators bringt genügend Stauraum für persönliche Gegenstände oder Einkäufe mit. Ein weiterer Vorteil, durch die Befestigung des Gehstocks im dafür vorgesehenen Stockhalter, ist dieser schnell griffbereit. Für ein erleichtertes Anheben der Lenkräder, beispielsweise zum Auffahren auf einen Bordstein, brauchen Sie nur leichten Druck auf den Fußtritt auszuüben. Ab sofort brauchen Sie kein Hindernis mehr zu fürchten. Der Rollator wird bereits fertig montiert geliefert und muss nur noch aufgeklappt werden. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.